Drohnen? Da ist einer, da ist einer um die Ecke. Wo um die Ecke? Wenn du hier durchgehst, dann links. Was soll denn links vor mir an der Wand quasi? Der markiert ja auch. Drohnst du? Nein. Das war BJ. Junge. Ja. Das ging ja voll die riesen Hitbox. Unterstützt mich hier einer? Hast du mal eine Clamer nach unten? Nach hinten? Ah, da werde ich auf der End. Genau deswegen bin ich hier oben gegangen. Weil ich gehört habe, der hat sich das vorbereitet. Der mit dem Fenster. Nee, eigentlich meinte ich, dass du nach hier saßt. Ähhhh. Fuck. Wie fliegt mich da rum? Ähm. Jaaaa! Ich meine natürlich. Die sind bei der Geisel schon drin. Fast quasi. Da an der Nachtsbattür. Von hinten auch noch. Twitch. Twitch und Blitz. Jaaaa! Ich hab einen auf den Dach umgebracht. Okay? Ufff. Geht nix rein, geht nix rein Das ist in HP Ha, 39 Haben die Geisel Nach Nordwest abgehauen Nein Ich hab den noch erwischt Ja, da hast du verloren Ich hab ihn aber noch erwischt Ja, wahrscheinlich genau in der kleinen Sekunde, wie die Geisel zum Ort gebracht haben Das wäre natürlich geil gewesen Doch Doch Ah, der war schon wahrscheinlich verletzt Weil Weg, 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 jetzt blitzen Pistel, Pistel What? Das erlebst du doch Was? 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 Ja, die Maschine ist zurück Wer geguckt hat, wo ist er hin? Alter Schwede Ich hab irgendwen verletzt geschossen Ich hab irgendwen verletzt geschossen Das war ein Termite Den müsst ihr euch holen Mensch Ich wär ihm draus Was? Letzte Twitchzone zerstört Letzte Twitchzone zerstört Deplanted Nein Kann nicht abhalten Was? Ich mach auch nicht ab, wenn da Mätho ist Geh mal hinter dir, hinter dir! Warte, ah, oder so. Beide, oder? Ne, mach mal erstmal nur da auf. Einen Injured. Ist einer, hinten durch. Zwei sind da. Drei. Wäre nice, wenn wir auch dort planten können. Wir haben ne Castle Barrikade dort. Ja, eben, wir können da planten. Ich baue mal den Capital auf. Auf den Smoke schalten. Smoke, ja. Und dann gehst du da hin. Und smokest einmal hier ab, wo ich jetzt gepinkt hab. Und smokest ungefähr, wo ich jetzt stehe. Sollen da smoken von hier aus? Ja, einmal erstmal, wo ich jetzt stehe. Und danach gehst du ja auf die andere Seite, um das zu tun. So, einmal in die Ecke jetzt, ne? Ja. Da wo du gepinkt hast, und jetzt der nächste finkt. Ja, so. Ja. Wer denn titert zu dir, Chris? Beim Planter. Wieso denn da hinten? Nein, du! Du bist so'n scheiß Wichser. Du bist so'n scheiß Wichser. So'n scheiß Wichser. Das wär mein fucking Ace gewesen. Und der klaut es mir mit der fucking Twitch-Drohne. Der hätte jetzt Kick-Vote starten, aber es geht glaube ich nicht. Das Ace wird der Schock-Drohne geklaut. Jetzt nehmen wir Dings. Ja, jetzt nimm Bescheid. Deine scheiß Bar. Ja. Ah. Kann ein anderer noch nachziehen? Alex, gehst du mal nach? Ja. Wir spielen Schock-Schild. Da hinten ist ne Frost. Und rechts sind... Ah, Leute, alle laufen. Äh, direkt neben dir. Von wo? Ich hab den nicht gesehen. Oh Gott, die sind alle hier drin in B, ne? Also vier Leute mindestens. Das wird schwierig. Ich geh mal in die Ecke, okay? Ah, warte. Bleib so, bleib so, bleib so. Ja, bleib so. Direkt neben mir ist ein Fältchen, ne? Leute. Hat die Banat-Granate? Jetzt ist einer links. Der leger vor mir. Und dann noch mal bei der rechts. Ich soll uns direkt vor Chris'ne Granate schmeißen. Scheiße, Mann. Ich hab keine, Leute. Haben wir noch'n Bridge oder so, der hochkommen kann zur Mitte? Christian, ich schieß'n Feuerfall an den vorbei. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme mit der Bridge. Nein. Warum da? Falsch. Ja, ist halt ne Thermal Bridge, ne? Geht off. Christian, wir sind die Position so ungefähr von links. Links in der Ecke ist Frost. Und rechts sind zwei oder drei andere Spieler. Rechts sind drei. Ja. Das heißt, links haben wir ne Frost, die... Ah, okay. Da komme ich nicht ran. Da komme ich nicht ran. Mario, bleib da so. Ich könnte versuchen zu flashen. Ach doch, ist die Claymore. Nee, warte mal, warte mal. Mich hat irgendwas vor. Nee, hab ich nicht wirklich. Okay, Frost ist... Ich geh nach links, ich geh nach links. Frost ist jetzt geradeaus durch. Frost tot. Gut. Dann nur noch die drei rechts. Nur noch. Na ja, also... Oh Gott, hier ist auch noch... Kannst du die Matze zerstören? Mario. Moment. Fuck. Ja, ist zerstört. Fuck. Michi, direkt an der Tür ist nochmal ein Schild. Das gibt's ein bisschen weg. Das wird vielleicht vermutlich umlaufen. Oh. Ja. Ja. Alter, was... Wo ist der? So! So wird's gemacht! Ich schlack doch! Ja, das ist ja vor Lock-P im Nahkampf. Ja, nicht immer. Das packt voll rum teilweise. Ja, weil du... Du bist nicht mal in der Nähe von dem. Ja! Aber das ist ne... Das ist ne... Also nicht ne Fichti-Fichti-Schonk, aber das ist echt ein Glücksspiel. Alter Schwede! Da höre ich gerade noch, wie die Claymode zerschossen wird. Haha! Junge Chris. Richtig schöne Runde. Ja, war aber risky. Ans ganze Team, aber an der Stelle. Also... Gut zurückgekämpft, Jungs. Aus'n 1-3-5-3 gemacht. Wunderschön! Nordfenster... Bäckerei... Wo ist der dumm? Äh... Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich hätt' den haben müssen. Was? Achso. Was war das denn? Da waren alle, ne? Ja! Aber... Hast du das gesehen, wie ich da noch... Äh... Ich hab Cam gehabt. Nicht aus deiner Sicht. Das war so... Die IQ guckt mich ein paar Mal an. Dann wirklich auf die Waffe tölt sie noch. Äh... Was war denn das? Von wo, Michi? Der war in der Garage, der Doc. Der ist eins vor mir. Vor dir, vor dir, vor dir. Der läuft weg in die Küche. Nein, nicht in die Küche. Was? Was? Ja, genau, Chris, genau. Was? Was war denn die von mir? Was war denn eigentlich von mir? Ich hab mich gut geschossen. Ich weiß nicht von wo. Ja, ja, ich seh's. Ich seh's. Ich seh's bei mir hier. Ja, hallo, Frost, was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich, ne? Frost, Frost, was willst du? Die kommt zu dir Mario, kommt zu dir! Alter! Ich war versorgen! Das mit dem Kafka und dem Dock! Was hast du denn? Oh Gott! Ich hab's gefunden! Ich hab's gesehen! Warte, ich nehme es auf, dann kannst du es sehen! Ich sehe keine weiteren Liebenfallen! Ich hab gedacht, das wäre so ein Marios Team! Nein, das ist mein Ding, Ace! Ich bin einfach im Backtower! Du hast schon den nächsten gemessert! Wie dumm war das denn, bitte? Oh, ich komm mal rein! Das wird auf jeden Fall aufgenommen, so dumm wie das war! Hier fließt keine Sorge! Ah, hier ist auch ein Bandit! Na Bandit, willst du kommen? Komm schon! Komm, wir spielen ein bisschen! Ja! Wirf dein schönes Ziel für dir! Denkst du mich mal darauf rein? Ah, da ist noch einer! Ja! Ja, los! Ja, los! Ja, los! Zünde! Das war dumm! Von hinten, bei mir! Von hinten kommt einer! Ja, Ella! Ella! 10 AP! Ja! Ja! Äh, Ella habe ich gesehen! Vorbeigrand! Ich musste mich gerade mal ein paar Shade-Dinge kümmern! Ja! Ja! Wo ist denn jetzt die Ella hingelaufen, ne? Ja! Wo ist die kleine? Wo ist denn die kleine? Ja! Ist links! Nein! Huh! 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 Das war... Knopf! Messer und Messer! Das war mein Bart. Die ist geil weggeflogen. Ah da, halt da. Ich werde mein Fünftermesser killen. Ah ok. Warte. Nein, warte ey! Ja den hab sie gemessert, aber jetzt wirklich. Na keine Ahnung. Warte, ich werde schon ein Fünftermesser killen. bletsch zu erlang, vor ihr prüfen Tudo benutzt. Dieit individuals sind in der Leckerei. Weil, wenn ichse und autonom präge zeige das, wurde diese skulle move. ouve in das Quantierteller. Die Reichterung für danach verlie OP. Die Stimme muss nur schnell ging versuchen... ... وج발, da. tecnologia ist nur ein Fünftermesser tre suka. Das war mein Fünftermesser..